Salut! In diesem Video sehen wir uns an, wie das Verb appeler im Präsens, im Imperativ, im Futur, im Passi-Composé und im Amparfell richtig konjugiert wird. Dass appeler ein unregelmäßiges Verb ist, weißt du wahrscheinlich schon. Bestimmt kannst du auf Französisch fragen, wie heißt du? oder auch antworten, ich heiße. Wie heißt du? lautet auf Französisch, tu t'appelles comment? und ich heiße, je m'appelle. Der Infinitiv von heißen lautet ça plaît. Fällt dir bei der Schreibweise der verschiedenen Formen etwas auf? Richtig! Das L wird bei den konjugierten Formen je m'appelle und tu t'appelles verdoppelt. Ist das bei allen Formen? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com